Wie ist die richtige Kamera für ein Privathaus? Wie ist die Bildkamera oder die Tourette-Kamera? Im Gegensatz zu der PTZ-Kamera und den DOM-Kameras entstehen hier keine Reflexionen durch das Glasgehäuse. Der zweite Punkt, der zu betrachten ist, ist die Auflösung der Kamera. Wir empfehlen eine Auflösung von mindestens 1080 Pixel, also Full HD, für eine saubere Bildqualität. Sie bekommen Überwachungskameras auch mit Bildsensoren von 8 Megapixel, sodass sie eine Aufnahmequalität von 4K haben. Ein weiterer Punkt, der zu berücksichtigen ist, ist die Brennweite. Die Brennweite bezieht sich auf die Eigenschaft der Linse und den Sichtbereich. Eine kleinere Brennweite umfasst einen größeren Sichtbereich, während im Gegensatz dazu eine größere Brennweite einen kleineren Sichtbereich umfasst. Ein weiterer Punkt, der zu berücksichtigen ist, ist, ob die Modelle mithilfe eines Infrarot-LEDs oder mit Weißlicht bei Dunkelheit arbeiten. Die Unterschiede sind wie folgt. Bei einem Infrarotlicht sieht man das Licht mit bloßem Auge nicht, aber die Darstellung der Farben ist nicht gegeben. Während man bei einem Weißlicht ein schönes farbiges Bild erhält, allerdings hat man auch einen auffälligen Lichtstrahl. Der nächste Punkt, der zu berücksichtigen ist, ist die Höhe der Montage. Wie sind die Gegebenheiten bei Ihnen zu Hause, wo Sie die Kamera anbringen können? Hier sollte man berücksichtigen, wie hoch das Ganze ist. Man sollte darauf achten, für den gewünschten Sichtbereich die passende Brennweite zu wählen. Die nächste Frage, die wir uns stellen, ist Power over Internet oder Wi-Fi? Mit Power over Internet kann man die Kameras mit Strom versorgen über ein Netzwerkkabel, falls eine PoE-Switch oder ein PoE-Recorder verfügbar ist. Das hat den Vorteil, dass kein weiteres Stromkabel benötigt wird und die Bilder in einer stabilen Qualität geliefert werden, da sie im Gegensatz zu den Wi-Fi-Modellen nicht von der Signalstärke abhängig sind. Die WLAN-Kameras bieten bei der Installation allerdings eine höhere Flexibilität, da sie aufgrund des WLAN-Signals unabhängig von einem Internetkabel montiert werden können. Hat man diese ganzen Aspekte berücksichtigt und sich letztendlich für Kameras und die Kameraanzahl entschieden, braucht man jetzt noch einen passenden Netzwerkrekorder. Wir empfehlen bei der Auswahl des Netzwerkrekorders immer darauf zu achten, dass man letztendlich etwas mehr Kanäle als Kameras hat. Dadurch steht etwas mehr Leistung zur Verfügung und sorgt für eine flüssige Bildübertragung. Das waren die wichtigsten Details bei der Auswahl einer Sicherheitskamera für ein Privathaus. Noch mehr Informationen dazu findet man bei uns im Online-Shop oder in unseren anderen Videos, wo wir verschiedene Kameratypen einzeln vorstellen. Vielen Dank.